3, 2, 1 und Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BadWars. Wieder mit dabei, der Kevin! Moino! Moino! Apropos, wer es noch nicht getan hat, checkt mal in der Beschreibung seinen Instagram-Account ab und das Follow da. Oh, und unser Bad ist weg, dass wir uns wieder kommen können. Bist du dort? Nee, bloß nicht. Wo bist du? Ich bin bei Yerob. Läuft einfach nicht. Ich bin vorbei. Bist du tot? Nee. Okay, das ist gut. Ja, dann baden wir halt die Runde direkt ohne Bad. Das ist halt... Keine Herausforderung. Ich treff den halt nicht mal so, ob er auf Chaos ist. Ich bin so ein Boss. Jetzt! Huh! Das war los, Kurt, und jetzt ist sein Bad weg. Huhu. Hehehe. Ghost Mafia, 5 Euro. Grüße, wie ich raus an dich finden. LUL! Grüße zurück! Und das in der Aufnahme! Eiskalt! Geil! Ich werde in der Aufnahme live gegrüßt. WTF? Ausrufezeichen? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Fragezeichen? In den Clips warst du früher besser. Oh, jetzt will ich ein Rematch gegen jeden Rematch. Aber absolut. Jetzt bin ich ne Kombo-Dieser. Aaaaaaaaaaaaaaaa! Oh mein Gott! Was?! 3, 2, 1 und... Und wir schröcken im Test, Wallah! Ich hasste es, ne? Jedesmal in den Aufnahmen. Oh, bei der Rotten Down, wie schade. Oh mein Gott, ich setze das Web-Fight falsch, egal. Ah, Rudi, wir nehmen mal um. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Von? Von uns. Von wem, du Honk? Von uns. Ah, Bad, Bad. Bist du tot? Du bist tot. Nein, bist du tot? Nein. Ich losge gerade zu gelb vor, in der Fall der ist. Okay, der Gelb hat Gelb. Der Gelb hat Gelb, der Gelb hat Gold. Ajo! Ajo! Künstler! Der Gelb ist mitte! Der Grüne! Der Grüne! Oh, kein Scheiß. Nein, ich bin down. Ah, Bruder! Ah, Mann. Ich kann mir nicht einmal eine vernünftige Runde, das kannst du nicht als Ausnahme werden finden. Das geht nicht. Oh! Nein! Nein! Kevin! Nein! Es ist 1.30 Uhr mittlerweile. Händler flüstert. Hey ho, schau mal was ich hier habe. Junge! Hast du gedroht für mich? Ey! Ey! Kevin! Kevin! Xana! Eagle! Was? Sie ist gelb, als ich sie angepoppt habe. Sex unter der Treppe! Ja! 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 Das ist einfach das einzige Drei. Was ist das denn? Was sind das für Runden? Ich wurde erkannt Bruder. Irgendjemand kennt mich doch noch. Müsst ihr gehen raus an moon-hex. 1-nice-unmade mal wieder am Start. Oh der Grüne der drückt, okay man merkt, dass der Grüne kein BRC anhat, ne nur mal so Unser Bett ist weg Ich Bin Triggered Und damit A la 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 Come On Herzlich Willkommen zur zweiten Runde Jo Moin Immernoch mit demselben durchgedrehten Spacken von gerade Wer wusste das bin ich Zach oder Zach in irgendeiner Runde sehen sollte Ja twitter Ey Kevin ich hab kein Bock mehr Ich hör dir der Grüne an, wenn er mich jetzt pumst, dann rast dich aus. Warum hab ich das Gefühl, dass unser Bett weg ist? Weil es richtig ist. Bruder, halt dir ein bisschen auf. Oh mein Gott. Hacker, ja, völlig cool. Nein. Bruder, ey, ich hab keine Lust mehr. Mann. Ey, Junge. Taki-taki-taki-taki-taki. Wann kommt denn dein toller Mod? Keine Ahnung. Ich laufe nicht mehr in dieser Augen. Igel, 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 Igel. Kuckuckuck. Oh mein Gott. Auf dem Zell, auf dem Zell, auf dem Zell, auf dem Zell. Kepi, 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 kepi. Boah, was ist das jetzt? Ähm, bitte Sie, was machen Sie da? Äh, gar nichts. Ähm, hallo? Hallo? Das ist verboten, Knochenknochen. Nein, nein. Oh. 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 Manometer, da ist sie auch schon weg. Nicht schon wieder. Gekommen, sagst du? Abfahrt. Warum? Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde. Hallo. Ja, mit zwei Runden plus viele Outtakes. Das wird super. Blasen wir es dabei. Haut rein und folgt mir auf Instagram. Erster Link in der Beschreibung. Erster Link in der Beschreibung. Beschreibung, genau. Genau, schon auswendig. Wiederschauen und reingehauen. Moment. Outro. Outro ab, okay. 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 Vielen Dank.